Liebe Begleiterinnen, liebe Begleiter auf meinen sozialen Kanälen, sozialen Netzwerken, ihr könnt euch den 5. August um 19 Uhr in eurem Kalender vermerken. Warum? Die Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalt zeigte Magdeburger Moritz-Hulff dem nächsten Film anlässlich des Europäischen Jahres der Entwicklung. Als SPD-Europaabgeordneter für Sachsen-Anhalt freue ich mich, dass mit Versuchslabor Armut ein durchaus kontroverser Film ausgewählt wurde, der die weltweite Entwicklungshilfe einmal näher betrachtet. Allein die deutsche Bundesbevölkerung spendet jährlich mehr als 4 Milliarden Euro für humanitäre Hilfsprojekte. Sie tun es in der Hoffnung, die Armut in der Welt zu bekämpfen. Aber wann hilft diese Hilfe wirklich? Diese Frage gilt es am 5. August zu ergründen. Meldet euch an, gewinnt neue Einblicke in die humanitäre Hilfe und diskutiert im Ausschuss mit Frau Dr. Hasenkamp von der Uni Magdeburg. Viel Spaß dabei. Beste Grüße auch allen anderen in den Sommer. Euer Arno Leeds.